Hey Leute, grüßt euch. It's Nature Cleanup Day, oder besser gesagt Weekend. Hier bei uns in Köln sammeln wir an zwei Tagen, weil der Herr Lukas hat ja die geniale Aktion Kölsch gegen Müll ins Leben gerufen. Und die findet schon am Samstag statt. Und wir sammeln hier am Rheinufer heute Müll. Und tauschen gleich unsere Müllsäcke gegen Kölsch, beziehungsweise Fasspause. Eine echt klasse Aktion. Ja, und das ist also mein Nature Cleanup Video. Ich werde jetzt einfach ein bisschen was filmen. Und dann das Zusammenschnippeln. Leute, haltet die Natur sauber. Und die Städte auch. Und ja, genießt einfach das Leben. Aha, hier wird schon fleißig gesammelt. Wer ist der Lukas? Du bist es, ne? Ja. Hi, grüß dich. Wann ausgestattet hier. Das ist der Tag, ne? Ja, genau. Das ist der Tag, ne? Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020